Komoot, Strava, Biketracks. Was sind die besten Fahrrad-Apps des Jahres? In diesem Video stellen wir dir unsere Favoriten für Fahrrad- und E-Bike-Fahrer vor. Wusstest du, dass E-Bike-Apps immer mehr Fahrradcomputern Konkurrenz machen? Experten gehen sogar davon aus, dass sie in naher Zukunft das Display komplett ersetzen. Umso wichtiger, sich eine E-Bike-App auszusuchen, die deinen Wünschen entspricht. Wenn es dir schwerfällt, dich im Angebot von E-Bike-Apps zurechtzufinden, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn hier stellen wir dir einige der besten Anwendungen auf dem Markt vor und verraten dir, was sie so besonders macht. E-Bike-Apps Er ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias Ich bin jetzt der Und damit kommen wir gleich zu unserer Favoritenliste. 1. Komoot, die Fahrrad-App für die optimale Routenplanung. Komoot ist wahrscheinlich die bekannteste Fahrrad-App für Routenplanung. Wenn du deine Tour geplant hast, kannst du dich von ihr auf deinem Smartphone navigieren lassen. Oder du integrierst die App in einen GPS-Fahrradcomputer. Du kannst Touren importieren, aufzeichnen und in Social-Media-Kanäle exportieren. Allerdings bekommst du von Komoot nur eine gratis Offline-Karte. Das reicht höchstens für kurze Ausflüge zum nächsten Biergarten. Karten für einzelne Regionen sind nicht ganz günstig. Besser ist es, ein weltweites Paket für rund 30 Euro zu kaufen. Zusätzlich gibt es einen Premium-Tarif mit Features wie Live-Tracking, dynamischen Wettervorhersagen oder einen Mehr-Tagesplaner. Dafür werden 4,99 Euro im Monat bzw. 59,99 Euro bei jährlicher Abrechnung fällig. Zweitens Strava, eine App für ehrgeizige Radfahrer. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert. Daran siehst du schon, wie verbreitet die Kombination aus Fitness-Tracking-App und sozialem Netzwerk bei Sportlern ist. Die meisten Nutzer verwenden die App, um eigene Routen und Leistungsdaten wie die Geschwindigkeit aufzuzeichnen und zu teilen. Wenn du Strava mit Sensoren koppelst, kannst du zum Beispiel auch deine Herz- oder Trittfrequenz messen. Für die Routenplanung steht ein Streckennetz von Strava-Nutzern zur Verfügung. Allerdings steht die Routenplanung wie viele andere Funktionen von Strava nur in der kostenpflichtigen Mitgliedschaft zur Verfügung. Mit 7,99 Euro im Monat bzw. 5 Euro bei jährlicher Zahlung ist diese nicht ganz günstig. 3. Bike Map – eine große Auswahl an Routen für Android und iOS Die App Bike Map wirbt mit der weltweit größten Routensammlung fürs Fahrrad. Die App ist ideal, um die richtige Strecke in mehr als 100 Ländern zu finden. Ist der Weg einmal ausgewählt, hast du auch ein Fahrrad-Navi, das so funktioniert, wie du es vom Auto kennst, inklusive Sprachausgabe. Wenn du Offline-Karten nutzen oder die Navigation für Mountainbike oder Rennrad optimieren willst, musst du allerdings den Premium-Tarif nutzen. Weil dieser bei einer monatlichen Zahlung stolze 9 Euro im Monat kostet, ist eine jährliche Zahlung von 39 Euro deutlich sinnvoller. Oder du schließt gleich eine Lifetime-Nutzung für einmalig 99 Euro ab. 4. Ceopoxer Radfahren – eine einfache Tracking-App Wer eine einfache Tracking-App ohne viel Shishi sucht, um Strecken auszuzeichnen und Daten auszuwerten, macht mit der kostenlosen App-Radfahren von Ceopoxer nichts falsch. Zwei Haken gibt es aber. Dafür, dass du nichts bezahlst, musst du mit Werbung leben. Außerdem gibt es die App-Radfahren aktuell nur für Android-Smartphones. 5. Bike Citizens – ein Fahrrad-Navi für die Stadt Die Fahrrad-App Bike Citizens richtet sich vor allem an Stadtradler. Du kannst mit ihr Routen planen, Fahrten aufzeichnen und Routen mit Freunden teilen. Während der Fahrt kannst du dich mit Hilfe von Sprachansagen navigieren lassen. Außerdem erhältst du eine Übersicht deiner Fahrten als Fancy Heatmap. Dabei erfährst du Details wie Informationen zu interessanten Umgebungen in deiner Stadt und kannst die Routenplanung auf deinen Fahrradtyp ausrichten lassen. Die Basisfunktionen von Bike Citizens sind kostenlos. Außerdem kannst du einmalig deinen persönlichen kostenlosen Premium-Bereich mit einem Umkreis von 7 Kilometern bestimmen, indem du dann viele Premium-Features verwenden kannst, ohne zu zahlen. Davon abgesehen gibt es zum Beispiel die Online-Navigation mit Sprachausgabe, das Planen von Routen mit beliebig vielen Zwischenstops oder die Offline-Nutzung von Routenplanungen und der Navigation nur mit einem kostenpflichtigen Premium-Abo. Dafür zahlst du 3,50 Euro im Monat oder 28 Euro im Jahr. 6. BikeTracks PowerUnity App – Der beste Diebstahlschutz für E-Bikes Mit der BikeTracks PowerUnity App erhältst du eine App fürs Routentracking und einen hocheffektiven Diebstahlschutz für dein E-Bike in einem. Verbindest du deinen im E-Bike verbauten BikeTracks GPS-Tracker mit der PowerUnity App, benachrichtigt sie dich sofort, wenn sich eine unbefugte Person an deinem E-Bike zu schaffen macht. Das ist aber noch nicht alles. Wird dein Rad gestohlen, bevor du es verhindern kannst, kannst du seinen Standort verfolgen und die Daten an die Polizei übergeben. Weil es sich um ein europaweites Echtzeittracking handelt, hast du beste Chancen, dein E-Bike wiederzubekommen. Ein Beispiel gefällig? Teresa und ihr Mann wurde ohne jegliche Einbruchspuren das E-Bike aus dem Keller gestohlen. Anhand von GPS-Daten in der PowerUnity App fanden die Polizisten das Bike kurze Zeit später in einem anderen Keller. Ohne Live-Tracking wäre das nicht möglich gewesen. Aber seht ruhig selbst in dieser BikeTracks Hits-Folge. Neben dem Diebstahlschutz zeichnet die PowerUnity App auch die E-Bike-Routen automatisch auf, ohne dass du auf einen Startbutton drücken musst. Anschließend kannst du die gefahrenen Routen in der App ansehen, verwalten, online teilen und sogar in andere Apps wie Strava oder Komoot importieren. Seit kurzem kannst du sogar einer Freundin oder einem Freund erlauben, über dessen PowerUnity App deinem E-Bike zu folgen und deine Fahrten so mitzuerleben. Die App von PowerUnity gibt es zu jedem BikeTracks GPS-Tracker dazu, für Android und iOS. Im ersten Jahr ist die Datenübertragung kostenlos. Ab dann kostet sie 39,50 Euro im Jahresabo. Zum Abschluss gibt es von meiner Seite noch ein paar Fragen, die dir helfen, die richtige Fahrrad-App für deine Bedürfnisse auszuwählen. Wenn du sie beantworten kannst, dann hast du deine Entscheidung hoffentlich getroffen. Was soll die Fahrrad-App können und für welche Aktivitäten brauchst du sie? Welches Fahrrad oder E-Bike fährst du? Welches Smartphone hast du? Nicht jede App ist für Android und iOS verfügbar. Was sagen andere über die App? Ungenaue Aufzeichnungen, fehlerhafte Karten und Tracking mit Verzögerungen können das Benutzererlebnis doch stark beeinträchtigen. Wirf deshalb einen Blick auf Rezensionen und Tests. Wie teuer ist die App? Die Preise für E-Bike-Apps halten sich zwar meist in Grenzen. Überleg dir aber trotzdem genau, ob die Features für dich in einem vernünftigen Verhältnis zu den Ausgaben für die App stehen. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Apps, E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite, PowUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an. Und dann abonniere mit einem Klick auf den Kanal und schau dir alle auf den Kanal und schau dir alle auf den Kanal.